schaltet ist ja geil wird dann die feiern das ist für die feier genau aber sehr gut sehr gut da ist es auch mal schaffen durfte heute danke jeden fall das soll sehr freundlich so als ob ich dafür jetzt einen stern ja ich wollte ja auch eigentlich gar nicht umballern im anders meinte mich ärgern zu müssen also Ich habe keine Idee, ja? Oh Gott, mein Geld ist leer. Ach, die hab ich ver- what? Ich hab die, ich hab die, ich hab die, ich hab die immer. Echt, ja, doppelt kauf, nee, so, dass ich, ja, oh, 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 dass ich ja auch vorher durchles so gemacht habe, das ist ja richtig geil, für so wenig Aufwand, so'n krassen Bonus ist ja auch richtig Geil, also allemal ist jabes, ja, dann ist der Stronghold, genau. das wollte ich jetzt mal vor egal als ob ich dafür ja das ding aber mal kommt wo für mich komplett gemacht sogar also mit einem dm im ersten ding das freigestellt die werfen und vor den jahr sondern die munition also ich empfehle euch wenn ihr dieses spiel spielt wird auf jeden fall und willst gerne mit aktivitäten dann kriegt man ja richtig geile boni ist ja richtig nützlich die ganze kack allein die boni schon machen ja schon so viel so viel aus ein bisschen unter die ganzen aktivitäten nur wie dem boni dem geld nachher nicht mal ganz ehrlich dann brauche ich dann noch irgendwie mal dass sie auch noch mal alle komplett habe ich so geil also das ist neu auch wenn man dann die frage stellen kann erleichtert ist das spiel ziemlich wenn ich auf munition achten muss und dann noch ich habe ich 200 schuss nach 100 100 schuss habe ich mit der mit der ein knarre und das heißt ich hätte jeder smg die sie aber immer aus dem video ist wenn dann geil ist das schätze ich auch mal wenn man die voller ist mit kacken ist eigentlich immer ganz geil dann kann das game so durchspielen die sei ein knarre ist ja geil weil ich so an ja hallo wo haben wir kommen ja ich wollte nur mal ganz kurz hier jetzt mal nein nein so cool ist das mit dem pfeiltasten machen muss komisch aus einem seiten was so lächer hat das niveau ist okay überzeugt ich kauf das ging dazu gab also dann sogar parkplätze na gut ich brauche kann dann nicht nicht beide was 88 und wenn man jetzt an den fressen ich habe mich schon gewundert aber aber so dem gut aber ist sowieso egal wir haben wir sowieso ein ja wir können wir haben ja genug gott hier sind die kopfte meine doch kann man auch machen ich weiß auch wenn ich mit auch wenn ich ein helikopter wir sind ja wir haben eine schwierige beziehung hinter auch mal ganz kurz freischalten das ist ein hütter das hätten wir ich glaube das haben wir auch nicht gemacht so ein fadenkreuz eigentlich glaubt da kann man auch mal machen wenn man dort dann bekommt lohnt sich bestimmt ähm na gut hallöchen das gut na machen wir das muss man hallöchen es ist zu blöde mit den dingern bist ja hier unschlagbar auch nicht aber es ist ein vereinfachtes spiel okay das ist eine gute waffe und dann noch dann noch passen dann noch ohne ohne moneybegrenzung okay ich habe meine waffen muss reichen okay tschüss ich gehe wieder jetzt also unbegänzt ausdauern dann sind halt voller kein einer andere schießen auf die bösen der auch gar nicht die polizeichen auch in ruhe lässt ja 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 da ja 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 dann muss ich mir anders helfen das ist dann ja auch reichen und das könnte ein bisschen knapp werden die nachladegeschwindigkeit von den dingern ist einfach auch wieder grammiot sehr freundlich ich glaube es ist die beste waffe die ich je bekommen habe ab gott der Kumpel und ich gebe Absicht der Kumpel ja was machen wir jetzt ja ja okay also das kann einfach mal schließen so sehr gut jetzt meine Frage funktioniert ist es auch noch fahrtüchtig glaube ja ja wirklich gut blub 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 ja ich will ein paar mission wieder mehr haben wir hatten ja eben sehr viel neben mission damit er wird nicht viel aber ich glaube ja mal ein bisschen mission dann später wieder aber gut okay ich merke wir haben die beste waffe einfach mal so bekommen alle leute wenn ihr das spiel anfängt ich glaube der beste tipp wenn ihr es leicht haben wollte ist einfach nicht ohne witz gerade wenn ihr auf hardcore durchspielen wollt auch schwer die ich erst mal diese eine quest zu machen diese 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 die aktivitäten dann könnt ihr fast überall durchballern immer weil schwer racing racing ist aber auch nicht so lang das kann man ganz kurz immer ganz kurz mal zeigen ja auch eine lustige sache das ist schon schlecht das habe ich nicht gemacht ja ja das ist das ich bin hier vierter und wissen erster wir sind zu richtig anfang also einfacher geht es nicht außer ja also die regeln einfach ich denke es ist gut schön dass ich gebremst habe das sehr geholfen kann ich hier mal abkürzen schnell bin doch jetzt oder sehr gut was äh ne oder nein ey wow da stand wow wow danke ja okay ich wusste nicht was ich muss noch mal hallo also ich wusste jetzt nicht ich hab hier da schon mal ein pfeil nach rechts nach links oder nach links und da dachte ich halt einfach so hey wo denn ja mal ein bisschen am pfeil davor durchdrehen dann muss ich ja ja wow da ist ja drei jahre ich sehe ich jetzt schon kommen wenn wir einfach ja bist du bescheuert das kurz machen oder starten ein warum würde man aktivität als ob es es ist ja auftritt aaaah mänchen mal aaaah ok ja du wusstest ja auch nicht ja gut ein oder haben davon ja schon mal geholt kann man machen ja ich wollte eigentlich noch ein bisschen was machen ist aber irgendwie an 40 alter ist gut ja wie fest wie fährst du so scheiße ich hätte einfach schaffen können und scheiß fahrfährlich junge wie soll ich denn überholen wenn jede alter wie dumm fahrt ja eigentlich noch mal dass die wohnheit fand er mir jetzt kann ich bitte raus ruhig lassen wow es ist nicht dein ernst nicht dann ist es so nicht dein ernst oder ist ja jetzt im körperhaus ist sicher ein god er hat das jemand ja was soll ich denn dann machen das sind das ein dummes rennen da geht es gilt zu tun und du musst du aufpassen es ist doch eine dumme renne ja jetzt jetzt genau jetzt hier genau danke ja ja geil ich hab heute mit dem ordentlich scheiße sagt gut dann müssen auch noch nämlich mehr danke das ist nicht so ich bin einfach nicht findet nicht fällt aus und müssen ja anfangen ich hoffe dass sie besser läuft eine munition müssen weil wir halt nicht wieder kaufen es ist warum ist jetzt überhaupt noch wachen braucht man ja eigentlich nur eine uzi und raketen werden dann die folgenden gehen raketen einfach als wenn der explosion sachen und auch noch mal warum war ich auch nicht so weit also einfach dass die waffe jetzt gefunden und das game kurz durchspielen kann läuft bei uns ich glaube sind das einfachsten spiel ich hier gespielt habe Ich denke, weil ich... mal gut wer auf der straße steht er darf man fahren werden aber du kannst mich weiterfahren was denn wenn der witzende gibt wer ist immer mehr angucken nein ich will das nicht machen das gibt es ist auch witzig es kommt es auch extrem lustig aber gut haben wir dann normal ja noch alter ist da noch ganz viel Was ist das hier? Ach das nochmal mit diesem... Ah, okay, das auch nochmal. Ja, okay, mit das hier auch nochmal. Dann schalte ich den mal. Ja, ganz kurz so frei. Okay, ja, ja. Ja, okay. Ah, das ist halt nochmal fast, oh wow. Was ist das hier? Das machen wir mal als nächstes. Das wollte ich schon so lange machen. Einmal ein bisschen Mission, aber wenn da wieder ein neuer Punkt ist, ich will das noch mal ganz kurz mal angucken. Ein bisschen, dass wir das freischalten, scheiße. Da kann man ja mal ganz kurz in Drive-In. Wenn wir schon bald dabei sind. Boah. Das ist das Fight Club. Nice. Das ist das Fight Club. Ich glaube, ich hätte ein bisschen das ein Auto fahren. Aber okay, jetzt wollen wir uns kämpfen zu sein. Also wir haben auch einige neben bisschen. Ah, ganz ehrlich. Ja gut, Fight Club ist jetzt nicht. Es ist... Wir machen jetzt einfach erst mal die... Also wir haben jetzt eine Mission vorher. Aber ich dann auch schon den Fight Club. Das spricht mich gerade richtig an. Das ist schon richtig geil. An Fight Club. Boah, vielleicht können wir dann da Ausdauer erhöhen. Fight Club würde zu... ... als würde so ein Ausdauer passen. Ach ja, es ist schon irgendwie ein geiles Game. Ein Fast machen vielleicht auch nochmal, aber... Ja, Fast war... Ich muss sagen... Boah, ist nicht ganz so... Es ist nicht fast. Es ist nicht so weit. Ich finde irgendwie so ein bisschen so rennen da rum und haudern. Aber das ist eigentlich schon sehr, sehr anspruchslos. Das war schon ein bisschen... Die kriegt ein bisschen... Da fehlt mir was bei Fast. Das ist viel... Das ist viel... Ich weiß nicht, was ich ausspornen, was... Fast nicht, Fast, 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 Fast. Ah, gut.